so ihr lieben herzlich willkommen zurück auf meinem sports gaming channel ich bin's der jens heute mal die anmoderation für ein video einer ganzen reihe von videos denn ich möchte natürlich auch das fifa projekt von infantino ins leben gerufen und zwar das eigene videospiel möchte ich heute mal ein bisschen spekulativ aufgreifen wer könnte das eigentlich entwickeln und das soll auch das erste video einer reihe sein denn ich werde dieses projekt natürlich auch verfolgen als sports gaming fan und natürlich auch als großer fußball fan im übrigen werde ich auch e sports fc in nächster zeit auch langsam aber sicher mal mit videos aufgreifen denn rein von den informationen und wie sich das ganze entwickelt ist das ja durchaus auch interessant und ich werde mich natürlich auch diesen spiele nicht verschließen gerade auch weil football langzeit motivation wenig bietet und die meisterliga in 2023 ja auch aktuell in der schwebe ist für mich also auch nicht planbar und daher diese beiden genannten fußballspieler auch neben ufl für mich eine sache denen ich mich nicht verschließen werde so was ist aber eigentlich thema des videos wer wird denn eigentlich das neue fifa entwickeln für mich gibt es aktuell daher zwei theorien infantino hat ja bei seiner wiederwahl vor einigen wochen gesagt fifa 24 25 26 und nachfolgend so in dem wortlaut ist es gewesen das heißt erst einmal das ist ein fifa zum herbst diesen jahres dieses eigene spiel vermutender weise nicht geben könnte ich kann mir anhand der entwicklungszeit das wäre ja jetzt noch ein halbes jahr also entweder sie haben es schon seit längeren monaten so unter verschluss gehalten dass überhaupt gar keine leaks und irgendwelche sachen an die öffentlichkeit gekommen sind das glaube ich nicht denn es gibt immer auch einige sehr gute vernetzte lika im sportspielebereich beziehungsweise im videospielebereich generell ich glaube dann hätte man schon irgendwas in die richtung gehört ja also das glaube ich nicht meine vermutung ist dass das erste fifa prognose und meine zweite prognose ist wer entwickelt das eigentlich es gibt aus meiner sicht was know how angeht was videospiel erfahrung im sportbereich angeht eigentlich nur zwei theorien die für mich aktuell realistisch sind entweder infantino hat irgendwo ein projekt im hintergrund in auftrag gegeben und hat leute abgeworben von videospiel firmen oder ist dabei leute abzuwerben von videospiel firmen die für sportspiele bekannt sind das ist natürlich ea sports das ist 2k sports das könnten auch einige sportstudios sein die man gar nicht so auf der rechnung für mannschaftssportarten hat ich sag mal milestone als beispiel um eins von mehreren zu nennen halte ich jetzt nicht besonderlich wahrscheinlich sondern eher die theorie dass sie entweder sich leute holen von diversen studios den ein oder anderen unzufriedenen möglicherweise auch von pes oder e football da irgendwas schon in der schwebe hatten oder sich dort leute geholt haben oder eventuell leute holen werden das ist für mich eine theorie die zweite die ich für wahrscheinlich erhalte aber tatsächlich das 2k sports hier sag ich mal ein weiteres entwicklerstudio für dieses fifa spiel öffnen wird und dass die natürlich dann intern vielleicht auch ein paar leute rumschieben die bei nba 2k beispielsweise bei dwe 2k vielleicht mitgewirkt haben die mit motion capturing ahnung haben die mit der grafik oberfläche die diese spiele beinhalten ahnung haben und wenn sie das ganze auf fußball umgemünzt bekommen das würde ich wahnsinnig interessant finden ich muss natürlich sagen ich bin weder freund des fifa weltverbandes so wie er aufgestellt ist mit seiner ganzen korruption ich bin auch kein freund von infantino aber hier muss man natürlich zwei dinge trennen weil wenn ich das jetzt in einem zusammenhang stellen würde dürfte ich auch dieses video nie machen weil ich das nicht befürworten kann aber ich denke ich finde man muss schon dinge auch trennen und rein vom video spiel dieses neue fifa halte ich das schon für ein interessantes projekt wie gesagt zwei theorien entweder infantino gründet im hintergrund ein studio und wirbt leute ab die mit know how in der szene ausgestattet sind die also durchaus die erfahrung haben hier ein spiel auf die beine zu stellen ich glaube eher dass 2k sports ins boot geholt wird vielleicht sogar im hintergrund schon ist das weiß man ja nicht so genau das würde ich wahnsinnig interessant finden ich würde dieses fußballspiel gerne und da lege ich mich heute schon fest gerne von 2k sports sehen ich bin unheimlicher fan der nba 2k reihe qualitativ was daran basketball geboten wird jetzt mal egal mit dem monetarisierten modus mit den sammelkarten das ist noch ein anderes thema aber was sie da rein qualitativ für diese mannschafts sportart an gameplay auf die beine gestellt haben die letzten jahre unfassbar und wenn ich mir das jetzt für fußball vorstelle das würde ich gerne mal sehen ich würde gerne sehen wie 2k sports dieses wissen um mannschafts sportarten diese kontakt engine auch das kennt ihr vielleicht von nba wenn ihr da 1 gegen 1 geht und wenn ich mir das für ein fußball vorstellt würde ich das unfassbar interessant finden muss ich an der stelle wirklich sagen ich würde gerne 2k sports als neuen publisher für die neuen fifa spiele die nächsten jahre sehen weil ich einfach total gespannt bin und denen das am ehesten zutraue hier vielleicht sogar ein fußballspiel zu entwickeln was eventuell sogar das realistischste aller zeiten werden kann ich weiß dass ich natürlich jetzt hier eine messlatte raushau aber warum soll ich diesen wunsch so nicht formulieren ich würde es 2k sports zutrauen wenn man sich eigene leute zusammenschaut von anderen unternehmen und dort ein eigenes studio gründet auch das ist sicherlich eine konzept was die fifa selber durchaus in der schublade haben kann oder möglicherweise im hintergrund schon umsetzt kann auch funktionieren wenn man da die richtigen leute an land holt mit dem projekt betraut glaube nicht dass die fifa da qualitativ halbe sachen vor hat das würde jetzt dann auch nicht zur fifa selber passen unabhängig der kritischen gründe die ich am anfang des videos genannt habe aber das würde ich wahnsinnig interessant finden leute also meine zwei theorien aktuell kennt ihr mich würde natürlich eure meinung interessieren und wie gesagt ich werde ab sofort das ist so ein bisschen mein starter video zur fifa video spielreihe die ja dann die nächsten jahre erscheinen wird unter eigener marke das wird so ein bisschen mein starter video dazu sein wenn es infos gibt updates gibt leaks und gerüchte dazu gibt dann werde ich das ab sofort auf dem kanal auch weiter vorantreiben ansonsten freue ich mich tatsächlich auf ufl football im herbst ich werde dem spiel definitiv eine chance geben auch wenn ich weiß dass sie da nicht gleich das absolut perfekte gameplay bringen werden für realistisch angehauchte fans wie ich natürlich der von pro evolution zocker kommt jetzt mit e-football mal mehr mal weniger glücklich ist mit der langzeit motivation dort nicht aber das ist natürlich ein anderes thema leute ansonsten lasst ein abo da wenn euch sportspiele generell interessieren würde mich freuen haut mal eure meinung in die kommentare rein was haltet ihr hier für realistisch und leute dann danke ich euch fürs reinschalten und freue mich auf diese videos auch e sports fc werde ich dann jetzt langsam mal mit videos begleiten bis zum herbst denn ich bin schon natürlich auch gespannt wie das dort weitergeht leute danke fürs reinschalten euch eine gute zeit bis zum nächsten mal macht's gut leute ciao ciao bis zum nächsten mal